Also ich glaube, Gewinn mit Namen haben noch niemanden geschadet, nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist eine sehr schwierige, aber auch sehr interessante Frage, weil dieses klassische Timing, was man macht, da bin ich strich dagegen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Risiko rausnehmen kann. Man kann beispielsweise innerhalb der Aktien umschichten, also dass man auch Strategien setzt, die per se im Aktienbereich die Risiken, die Volatilität ein Stück weit rausnehmen. Oder aber was ich persönlich favorisiere, ist das Portfolio von vornherein so aufstellen, dass man zwar natürlich Rückschläge mitnimmt im Aktienbereich, aber langfristig so aufgestellt ist, dass man den größten Profit hat, ohne ständig umschichten zu müssen. Ja, wir nehmen generell immer wieder Tempo aus den Depots. Wir schauen uns die Depots nicht unbedingt täglich, aber doch in regelmäßigen Abständen an und schauen dann, wie sieht die Allokation aus und müssen wir reagieren. Und das war in der Tat dieses Jahr schon ein, zwei, drei Mal der Fall, dass wir ein wenig gebremst haben, abverkauft haben, mit Gewinn verkauft haben, neu positioniert haben. Gerne wieder im Anleihebereich oder auch im alternativen Bereich, Rohstoffe, Gold, Silber, alles was dazu gehört. Also ich glaube, Gewinn mit Namen haben noch niemanden geschadet, nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Es gibt ja auch genügend Alternativen, auch speziell jetzt im Aktienbereich. Die Tech-Unternehmen sind sehr gut gelaufen, die Bewertungen sind sehr sportlich. Wenn man auf der anderen Seite guckt, in anderen Branchen, findet man oftmals deutlich günstigere Bewertungen vor im Aktienbereich, in die man dann umschichten könnte. Also von daher, es muss keine absolute Gewinnmitnahme bedeuten, dass man komplett aus den Aktien rausgeht. Man kann in den Aktien investiert bleiben, aber sollte halt dann eben mittlerweile schon deutlich auf die Bewertungen schauen. Die Märkte haben sich schon deutlich entwickelt, nicht nur die europäischen, sondern auch woanders auf der Welt. Es wird zu Konsolidierungen kommen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die Aktienmärkte oder gerade der deutsche Aktienmarkt, dass der noch weiter steigt. Ich bin dahingehend auch positiv gestimmt für die Schwellenländer, die noch sehr viel aufholen können und aus der Warte heraus. Es wird ein bisschen hin und her schwanken, aber meine Tendenz ist weiter anziehend.